Hallo meine Freunde, kurz weiter mit dem Flühen, Bross! KS Freak und Nico, die beiden streiten sich insko, meine Freunde, ihr wisst doch Bescheid, Mann! Weil sie wollen, geben sich gegenseitig die Schuld, verdammt nochmal, weil sie diesen Mark G. Bau und Muntz kennengelernt haben, haben sie die ganze Zeit gepullt mit Frauen und Drogen, die ganzen Krempel, Mann! Man kann viel Geld verdienen, man kann auch viel Geld für komischen Krempel ausgeben, keine Frage, Mann! Aber wenn verdammt nochmal jemanden kennenlernt, erzählt man das nicht, Mann! Man kann auch mal ein paar Sachen für sich behalten, verdammt nochmal! Der Boss hat auch viele Affären und viel Geld, verdammt nochmal, aber ich erzähle das auch nicht jedem, meine Freunde! Also, behalt das für euch! Mein Gott! Wenn man sich die Leute schlechten Eindruck hinterlassen wollen, oder was, verdammt nochmal! Das kann man privat machen, man kann Party machen, keine Frage! Aber am Ende, wenn die Party vorbei ist, nächsten Morgen redet keiner davon! Das ist doch eine ganz klare Sache, meine Freunde! Okay, meine Freunde, das war's wieder von nun und, boah! Was haben wir denn gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal!